Hi Leute, willkommen zurück bei Lingoni. Ich bin Jacqueline und heute geht es um die Redewendung Vor der eigenen Haustür kehren. Auf Englisch würde man sagen To sweep in front of your own front door. Diese Redewendung bedeutet, dass man zuerst selbstkritisch sein sollte, bevor man andere kritisiert. This idiom means that you should be self-critical first, before criticizing other people. Hier ist ein Beispiel. Sandra arbeitet bei einer großen Firma in der Verwaltung. Ein Kollege von ihr gibt ihr oft ungewollte Ratschläge, wie sie ihre Arbeit verbessern kann. Dabei ist er selbst jemand, der nie Abgabetermine einhält und schlampige Arbeit leistet. Bevor er Sandra Ratschläge gibt, sollte er lieber vor seiner eigenen Tür kehren. Sandra works for a big company in administrations. Her co-worker often gives her unwanted advice on how to improve her work. At the same time, he never meets deadlines and does sloppy work. So, instead of giving his co-workers advice, he should sweep in front of his own front door. Jetzt seid ihr dran. Kennt ihr auch jemanden, der lieber vor seiner eigenen Tür kehren sollte? Erzählt es uns in den Kommentaren. Now, it's your turn. Do you also know someone who should sweep in front of their own front door? Tell us in the comments. Thanks for joining me today. If you want more practice, you can find over 600 PDF worksheets, as well as over 17,000 interactive exercises on Lingoni.com. You'll be able to improve your reading, writing and listening skills and even practice pronunciation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.